Ich bin die Melli und ihr seid hier bei LBW und heute bauen wir hier das Dach da drauf. Und ja, LBW ist Größen. So und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute ist das Dach dran. Und ich sag euch, ich hoffe, es reicht an Material. Ah, zack, zack. Oh, das wird ein Riesendach. Ja, ich würde gerne mal hier die ganzen Hilfsteine wieder abmachen, weil die brauche ich. Ich weiß nicht, ob ich damit hinkomme. Deswegen ist mir das lieber, wenn ich jetzt hier noch ein paar mal wieder abbaue. So und jetzt von der anderen Seite noch. Eins, zwei, so. Ja, ich meine jetzt für die Hälfte dürfte das eigentlich... Oh, das wird ein Ries. Naja, Fachwerk heute haben ja auch, ne? Die haben ja oben auf dem Dachboden immer... Oh, das war fett. Äh, die ganzen Heuballen, also zumindestens bei meiner Tante war das halt so, die hatte ja, wie gesagt, einen Bauernhof und... Ja, da hat sie dann oben auf dem Dach den ganzen Heuballen gehabt, wo dann von einer Seite... War dann so ein Aufzug, kann man sagen? Ja, so ein Lastenaufzug. Womit sie das dann rauf und runter getan hat. War sehr interessant immer. Und ich denke mal, das werden wir hier auch so hinbauen. Nur halt... Müssen wir gucken, wo wir dann das Ding hinbauen. Meine Güte, was ist denn das jetzt hier? Kriege ich das heute nochmal gebacken? So. Und zack, zack. So. Und ich saß mit dem Popo. Ja, das können wir so lassen. So. Und jetzt die andere Seite. Die wird natürlich dementsprechend, glaube ich, größer. Ja. Da müssen wir noch einiges hoch. So. Aber ich glaube, die Steine reichen. Wenn wir hier jetzt mal die Hilfssteine abbauen, dürfte das reichen. So, ich gehe jetzt erstmal nur bis hier hin. So, da kann ich sogar zwei Ebenen mit reinbauen. So, ne? Ist das da auch jetzt so? Ja. Obwohl, ne, auf der Ecke muss das... Ne, da ist einer auf der Ecke. Alles gut. Fast wackelt, hat Luft. So. Gucken wir mal, wie weit wir jetzt hier hochkommen. Da kann ich sogar zwei Ebenen... Und das war ja auch eigentlich so geplant, dass da mehrere Ebenen mit Schlaf unten, also Wohnen, oben Schlaf und so weiter. Ah, noch ein ganzes Stück. Meine Güte. Das wird doch ein Riesendach. Hilfe. Also, da müssen wir definitiv... Meine Güte, Fliege, geh doch mal weg hier. Und die mir hier vor der Schnute rum. So. So, und jetzt alle Hilfssteine wieder ab. Äh, sonst... Da habe ich die Befürchtung, dass es nicht so ganz reicht. Egal. So. Oh, Alter, diese Fliege macht mich gerade kirre, ne? Vor allen Dingen, die sind ja unheimlich lästig, ne? Die lassen sich ja noch nicht mal so schnell vertreiben. Kommen wir mal wieder. Und dann über die Haut. Tatsächlich, das ist ein Kribbeln. So. Die erste Seite haben wir jetzt schon mal ab. So. Jetzt noch die zweite Seite. Und dann... ...hagen wir hinterher... Na, siehst du? So, wollte schon gerade sagen. Geht doch von hier aus. So. Ah, die zweite Seite haben wir jetzt auch schon fertig. So, jetzt noch die dritte. Dritte. Wenn die unter Deckmannschutz, kann man die töten? Das ist übelst, ne? Finsch fliegen, finsch lästig, ne? Können wir eine mal erzählen, wer hat für eine Funktion? Sei mit dir. Oh je, oh je, oh je, oh je. Ey, langsam geht's. Aber ich glaube, die vierte Aufnahme war jetzt ein bisschen zu viel. So, machen wir jetzt erstmal bis hier hin. So, können wir da direkt auch eine hinsetzen. Dann weiß ich, wo ich ansetzen muss. Und dann hoffen wir jetzt mal diese Reihe ohne Verbauer, bitte. Bitte, bitte, bitte. Wie war das hin? So. So, hoffen wir es. Ja, wow. Klappt ja mal ohne zu verbauen. Yay. So. Jetzt noch die Hilfssteine weg. Ne, da habe ich ja nichts gehabt. Ja. Wir fangen mal wieder von oben an. Dann kann ich nämlich mich so langsam nach unten arbeiten. Dann haben wir noch eine Seite. Und dann heißt das... Oh. Upsala. Das war knapp daneben. So. Wunderbar. Und das Schlimmste wird dann, die ganzen Dachziegel da drauf zu sehen. Da habe ich echt... Boah. Ich bin mal gespannt, wie lange ich wieder brauche, um diese zu setzen. Weil ihr wisst ja, ne? Ich und Dächer. Ja, so spät wie möglich am besten. Häuser bauen, kein Problem. Hau ich euch so um die Ohren. Aber... Dächer. Hallo? Wer baut denn bitte gerne Dächer? Also ich nicht. Vor allem, wenn die so lästig sind, wie diese hier. So. Noch ein Stück. Wir können uns ein bisschen da hinten dran orientieren. Warten wir, bis die zweite Seite ist. So. Zack, zack. Da dürfte aber von den Steinen her, reicht es auf jeden Fall. Und dann wieder rauf. So. Noch ein Stück. Bis die sich treffen, ne? So. Wow. Stimmlich gut abgemessen, ne? So. Und jetzt die ganzen Hilfsteine wieder ab. So. Du noch auch noch. Und dann, ja, denke ich mal, wird es wahrscheinlich wieder eine ganz große Farming-Tour im Nether geben. Also, ja, ich denke mal, die Festung, die wird das definitiv mit dieser Stadt nicht überleben. So. Noch die andere Seite. Und dann hätten wir das... Oh, diese Fliege. Tut mir leid, wenn ich euch jetzt die ganze Zeit mit dieser Fliege in den Ohren liege. Aber die geht mir so auf den Sippel, ey. Mensch, das Kenai. So, zack. Da noch und da noch. So. So. Das war's. We have it. Wir haben das Grund... 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 Da fertig. So. Jetzt einmal hier noch hoch. Weil da möchte ich auch noch ein bisschen was hinbauen. Wie gesagt, ne? Los, ja. Ne, ich will das hier mit abschließen. Das wäre aber ganz dumm. Ja. Das werden wir mit... Mit... Hiveslabs machen. Das ist... Ne. 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 Bei aller Liebe... Äh, äh... Nö, 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 nö. Das wird nicht genau... Das können wir mit Hiveslabs machen. So. Ja. Dann würde ich sagen... Haben wir das auch schon erledigt? Ja, dann gucke ich mal, was ich im M.E. noch an... Ähm... Nether-Ziegel. So, nö, da. Oh. Ja, das sind nicht gerade Fehler. Zumindestens anteilig schon mal. Aber die können wir mitnehmen. Die will ich auch haben. So. Dann kann ich die erstmal wieder weg tun, weil... Äh... Die brauche ich jetzt gerade nicht. Dann kümmert... Flash... Deck. Und dann... Ja. Das kriegen wir, glaube ich, so weit hin. So. Jetzt habe ich... Also manchmal bin ich ja echt dusselig, ne? Ich wollte die eigentlich mitnehmen. Oder wir machen das da dran. Aber das ist auch wieder doof, ne? Nein. Ich muss ja hier hoch. So. Das reicht eh nicht. So. So. Und da könnte ich jetzt zum Beispiel anstatt die... Die hier reintun. So. Genau. Und dann... Dann müsste ich ja jetzt hier wieder so machen, ne? Jawohl. So. Oh. Ups. Es ist rückwärts. Es. Ich liebe meine Tastenfolge. So. Einmal das. Einmal das. Und dann einmal das. Dann hier rauf. Jawohl. Das müsste ja eigentlich nach Adam Riese funktionieren. Das ist aber jetzt die nächste Konstruktion. Da brauche ich den nur oben drauflegen, ne? Ja. Perfekt. So. Ja. Dann machen wir das jetzt so. Passt das... So. Jetzt noch die letzten 17 Stück. Ja. Wie gesagt. Und Snather müssen wir definitiv. Also. Uah. Wie da. Bis hier hinausgeschossen, würde ich mal sagen, ne? So. Und zack. So. Die können wir ja schon mal so machen. So. Das passt auf jeden Fall bis dahin. Auf jeden Fall. Definitiv. Und ohne Umschweife. So. Jetzt müsste ich normalerweise hier einen doppelten, nämlich drauflegen. So. Und dann kommt wieder ein einzelner. So. So. Und das ganze Spielchen bis hinten durch. So. Ja. Da muss vorne noch das Überdach. So. Dann passt das doch, ne? Wunderbar. Weil hier kommt dann ein einzelner hin. Und da muss ich dann wieder einen doppelten hin tun. Passt. 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 Dann würde nämlich hier wieder ein einzelner hinkommen. Zack. Eine Lücke lassen. Und ein einzelner. Und die Rest, ja, müssen wir gerade drauf machen. Ja, zumindest ist es anteilig. Ja, das dürfte ich nennen. So. Dann machen wir mit dem, was wir jetzt hier haben. Alter Schwede. So. Ja. Hier kommt ja eh noch eine solche hin. Und dann können wir das so machen. Weil hier vorne vor kommt ja eh diese Instruktion aus. Nee. Doch. Dann können wir nämlich hier drüber gehen. Außer hier, weil da geht, da klappt das nicht. So. Und zack. Und. Ey, alter, ich kriege eine Krise mit dieser Fliege, ne? Die geht mir jetzt, wenn ich die gleich zu erwischere, ne? Jetzt habe ich natürlich mein Mikro vor, gerade ein bisschen. Au. Nee, das ist einfach nur übelst. Und dann gucken wir uns auch mal direkt an, wie das aussieht. Und zack. Das macht keinen Sinn erst mal. Nee, passt mal nicht. So. Hier hinter könnte man diese Tonen dann weiterführen. Das ist doch alles. So. Dann machen wir jetzt hier noch ein kleines Stück. Und dann würde ich sagen, machen wir schon wieder Ende. Und ich freue mich schon wieder. So. So, dass wir dann zumindest die letzten hier dran quatschen. Denn sobald ich dann hinten das Casino mit dem Dach bestückt habe, dann weiß ich, ob ich den Ersatz hier übrig habe. Ja, und dann würde ich sagen, wenn ihr neu seid, würde ich mich über ein Abo freuen. Wenn euch das Video gefällt, dann gerne auch ein Like da lassen. Für meinen Algorithmus ist eigentlich sehr praktisch. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie das hier alles entstanden ist, dann schaut doch gerne mal in meine Playlist rein. Von LWSS. So hieß das nämlich früher mal. Und ja. Wir können natürlich auch meine anderen Formate, wie Let's Build Furnish. Könnt ihr gerne auch reinschauen. Dort richtig alle Wohnungen ein. Da werde ich mir auch nochmal einen anderen Namen ausdenken, weil Let's Build Furnish hört sich zwar ein bisschen logisch an, aber ist nicht so. Jetzt das. Deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich auf LBB einrichten. Hinauslaufen. So. Jetzt machen wir noch die letzten hier fertig. Und ja. Und wenn alles gut geht, dann sehen wir uns oder hören uns am Montag zu einer neuen Folge von LBB wieder. Und ja. Bis dahin sage ich ein wunderschönes Wochenende, weil das ist eine Freitagsfolge. Deswegen. Schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.